Der Schiedsrichter des Finals wird Nicola Rizzoli sein, dazu seine Assistenten Andrea Stefani und Renato Faberani. Der vierte Offizielle wird der Ecuadorianer Carlos Vera sein und der fünfte Offizielle Christian Lescano, ebenfalls aus Ecuador. Die Trainer machen Druck, aber ich meine, das ist Teil deines Lebens. Wir dürfen das nicht persönlich nehmen und die Schiedsrichter waren in jeder Partie neutral. Wir können mit diesem Druck umgehen. Wenn wir auf die Kritik von Mark Wilmots an Rizzolis Leistung im Viertelfinale reagieren, dann müssen wir auf jede Beschwerde eingehen. Dann aber brauchen wir keine Schiedsrichter mehr, sondern Maschinen, die sagen, entscheide du, ich bin nicht mehr der Schiedsrichter. Wir achten nicht auf jede einzelne Beschwerde. Wenn wir auf jeden Fall die Schiedsrichter haben, dann müssen wir auf jeden Fall die Schiedsrichter betrachten.